Läuft schon. Hi, ihr kennt mich ja schon. Ein ganz wichtiger, wesentlicher, weiterer Bestandteil vom NMFKA ist unsere Spendenkasse. Ganz wichtig, erst Bier holen, dann spenden. Das Ganze kommt einem guten Zweck zugute. Dieses Jahr, 2015, werden wir was für die Menschenrechte tun, für ein Projekt, das die Menschenrechte unterstützt. Auch das ist sehr einfach umzusetzen. Geldbeutel aus der Hosentasche holen, Fach aufmachen mit dem Geld drin und einfach in die Spendenkasse ausschütten und etwas Gutes tun. Dankeschön!